nach allöchen zusammen ich bin am meisten ein bisschen hungrig ja grund dafür ist einfach ich wollte die folge weitermachen wir wollten dahin wahrscheinlich die zombies einfangen mit in zombies meine ich nur den ein ich brauche noch mal dort ich brauche genügend zum essen und ja wir haben jetzt ordentlich chicks gesammelt ich mache es mal folgendermaßen ich habe jetzt zwei goldene rüstung das erste fährt ich habe es bekommt eine goldene rüstung und jetzt operation schlagt ich mit dem endermann weil er schon wieder dann auf der ist auf meinem rundstück auf mein hab und gut endermann das geht ja nicht endermann endermann ich bin von ihnen gar kein fan und 1 2 3 4 ich habe sie angesehen die daten schon wieder gras block geklaut du hast meine fahrzeug zerstört sich einfach anzeigen ich habe anzeige alles notwehr alles notwehr hat er hat angefangen ich hatte jurt er hat mich geschubst da das dann ist es konsequenz mit sein wird in schädel von ausrutscher mehrfach habe ich noch nur in der pearl bekommt ich habe natürlich keine in der pearl kommt lasst mir aber der block gemobst sehe ich doch genau dass das von hier aus war nämlich hier aus dem feld hätten wir aus dem feld was gemobst oder bei der paranoid so viele blöcke die mir geklaut wurden im lauf der geschichte von den endermanns vielleicht kann ich das wasser verprügelt was wollte ich machen ich wollte dahinten gehen an dass es dunkel wird alles ist aber noch recht hell deswegen wollte ich zeit überbrücken endermann hatte ich gesehen die samen die setzlinge wollte ich jetzt setzen genau verstehe man noch nicht warum ich die reihe hier nicht bepflanzen kann nicht bepflanzen darf also hier funktioniert überall ich bin da echt sprachlos warum das hier nicht geht es will einfach nicht es will einfach nicht komme was wolle autorität wurde abgegeben ich muss noch testen ob dieses brennholz tatsächlich was ich da unter diesen bienen stöcken habe mit holz brennt also wenn ich das holz also ich sag euch mal was ich vor habe wollte dieses feuer was da ist verwenden so zwei fackeln zu machen zum eingang des palastes aber wenn das das holz ab brennt danach diesen ganzen angelegten bereich abgebrannt jetzt muss ich mich beeilen so viel gequatscht und ausgerutscht da war ein stück seife zum glück habe ich mich nicht danach gebückt ja ja das wäre aber alles das ist für wieder kam auf blöd sprüche wo ist die sonne kann ich da noch mal ein beschlagnach komm ich lasse ich bin mal heute gut gelaunt nee du mundgulli schon wieder du wärst viel glück getreffend ist mal zahnseide verwenden beim zähneputzen keine ahnung wo der hingekann ist der kollege kollege schnürschu was ist denn hier los jetzt hat die ganzen niemals im kopf zu viele nehmen ist geschaut ja ja der gute miene ab mitarbeiter hier leuchtet auch mal aus wir gehen es halt auch wenn hier irgendwo wenn du was bohnt und dann krieg irgendwann mal eins auf die nase da geht mir der part auf die nase und wenn ich was auf die kursch bekomme diese diese verwinkelung sind hier schlimm aber auch nicht was ich machen könnte funktioniert das die eine güte heizten ich werde es euch nur sagen kann halt ein ob genau das nur das hier oben da ist ein skelett ist wieder battle modus sie spenden ja 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 sie mögen er guckt man kleine nuss von mir kriegen sie ja gar kein kuss wackel mit meinen hintern verlocken drum in wahrheit sind sie strunzen dumm ja ja das war die kreepa song kann man irgendwie suchen und jetzt schreibt mir nicht in die kommentare mit alter 4 kann man so als glaube ich wird die 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 was ich machen könnte ist hier so einen kleinen bettel block zu machen die können da eben wahrscheinlich nicht drauf oder sony sk da ist gleich wieder die sport ich habe kein holz wieder drin ich bin voll von ich bin ich bin ich bin kapflos was ich machen wollte ich habe gelesen dass die in boote einsteigen mit dem kreepa knall mich nicht von der seite weg das wäre von dir ja echter dreck oder misst das geld sie sollen heute aber besonders knochig aus hat man heute das schon mal gesagt ja ja einfach komplimente machen da lassen sie einen rober findet die antrunken besonders schlimm ich verschreckt mich vor dem irgendwie im namen schnitz weil diese wenden sind die franz wird transformation war schlimm da habe ich mir die hose gemacht irgendwann irgendwann mache ich match dass das gb handtuch dann weiß jeder wenn er wenn er mal sich zu sehr erschrocken hat operation handtuch stinkt nach mundkulik machte ich hasse es muss er hin muss er hin und wirklich hast du das er kommt die leiter hoch guckt auf diesen drecksack an seine intention nicht zu bumsen stehen zehn von zehn der schläuter keine mühe noch mal können wir können wir darüber reden die auch einfach okay okay wir gehen es sind die ist ein deal ist ein deal wo ist er hin wo ist er hin wo ist denn gefahrland überall packen vor allem von den hühnchen von den hühnchen am meisten ja gut na dann kann ich gleich schlafen gehen ich war zu blöd ich muss brote im inventar haben am besten zu drei mache ich auch gerne pinke boote draus damit die fans sie sitzen boom boom ich mach mal hier ja ich weiß ihr seid hungrig und ihr seid in gefangenschaft du hast coole moves drauf für ein hühnchen also wenn ich deine moves drauf hätte da welche der bringer in der disco das zehn von zehn also die einzigen muss die ich drauf habe sind der scheiden durch und du und du und du gibt sie noch zwei kürze und ich glaube du auch nicht mehr so viele schaffe es tut mir leid es ist gut mehr die helfe knochen raus und produzieren dann wieder diese wunderschönen blöcke produzieren war das komplett könnte mir gerne sagen ob es da so ein knopf gibt wo man alles ausfüllen kann ob ob klochen bau boon tuki hab mich gerade gefragt was kleiden dass das und das weil man ist wie fleisch tatsächlich den grasblock davon hat schon drei jetzt weiß dass ich ein ändern da fällt man auch die blöcke nimmt schon mal auf und weiß millionen zu ich werde die folge noch mal ein bisschen boote habe ich drin die setzlinge plant ich mal wieder hier ein und ich gehe schon mal rüber warte das ist dunkel wird dann machen wir noch mal die letzte folge für heute und dann reicht das habe ich ein paar blümchen noch mal eine blümchen wenn hier mit blümchen mit spitzkackern kurz weg noch die fucking woche denn nicht so gut denn das laut ich mag doch so sehr brut habe ich noch genug da schon wieder dieser glöder dreck sagt du hast mir schon wieder ein erdblock gemacht das sehe ich doch bis hier kannst du mal mein eigentum in ruhe lassen dieses mit stück ich werde dich fertig machen selbst die klitschung da ist er guckt sich trotzdem an wenn sich auch für die angst ich stehe einfach okay ich hab für die angst was mein kaputt und damit zur service wie kann freundlich sein das hat er da ist nicht das hat und dran sind dann mal was ich gelesen hat was ich noch mal sehen möchte auch das stimmt angeblich wenn wir jeden fall dutschen worum ich möchte ein klein ich möchte ich möchte ihn stopfen oder ein kleines schüler etwa treten sie das ist mein bogen oder als ein spitz jetzt reicht mir auch das hast du nicht gesagt hat ihr es gesehen hat den erdblock dahin gesetzt damit er zu mir kommt er hat mich auch pläten wollen was ein drecksack und damit bedanke ich mich recht herzlich für die zusagen fürs zuschauen der heutigen folge ich wünsche euch einen schönen tag und ich hoffe ihr hattet was schönes im nikolaus schuld drin das könnt ihr mir aufschreiben